Vorstellung Ortsfamiliebuch Klein-Zorheim. Ich habe das auch bezeichnet als Kooperationsveranstaltung, weil wir ja vom Bayerisch Landesverein und die Bezirksgruppe Schwaben hier involviert sind, in dieses ganze Webex-Format auch und natürlich auch von meinem Stammtisch in Nordschwaben, wo sich die meisten Forscherkollegen zum 25-Jährigen heuer nicht treffen können wahrscheinlich. Wir hätten da nämlich auch groß gefeiert, aber Corona lässt es noch nicht zu. Ja, so sieht dieses Buch von vorne aus, ein buntes Cover. Die Kirche strahlt in schönstem Glanze und das ist das Rückseitenfoto, das Dorf auf einer Luftaufnahme. Und Klein-Zorheim für die Auswärtigen ist Ortsteil der Gemeinde Möttingen. Das Kerndorf liegt also hier in dem Bereich, hier links gegen Westen. Das ist also sozusagen, was in den letzten Jahrzehnten ausgebaut wurde. Das wird jetzt deutlich, wenn wir in den Bayern-Atlas schauen. Dann Klein-Zorheim auf der Uraufnahme 1808 bis 1864 und das wäre also das Kerndorf. In den 1950er, 60er Jahren haben sich fast alle Gemeinden noch schnell ein Ortswappen zugelegt, in denen die Grundherrschaften oder Besonderheiten symbolisiert sind. Und das wurde dann bei der Gebietsreform natürlich fast überflüssig. Und die Großgemeinden haben dann das Problem gehabt, alle Symbole in gemeinsamen Wappen unterzubringen. So, wir sehen hier im unteren Teil die typischen Eisenhut-Fee-Teile aus dem öttigen Wappen und oben anspielend das Andreas-Kreuz an die Andreaskirche in Klein-Zorheim. Was ist überhaupt ein Ortsfamilienbuch? Vielleicht muss man das grundsätzlich erklären für etliche, die wenig damit zu tun haben. Es ist eine systematische Zusammenstellung aller Familien, die je in der Pfarrei Klein-Zorheim gelebt haben, welche aufgrund aller verfügbaren Quellen ausfindig zu machen waren. Alphabetische und chronologische Anordnung der Familien unter Angabe der Gewährverbindungen dadurch problemloses Suchen und Aufwinden. Also ein Nachschlagewerk. Was kann man mit einem Buch anfangen? Mithilfe dieses Werkes sollte jeder in der Lage sein, seine Vorfahren, soweit diese hier ansässig waren, gemäß den alphabetisch und chronologisch angeordneten Ortsfamilien herauszufinden, um seine persönliche Annentafel oder seinen Stammbaum anzulegen. Zudem bietet es die Möglichkeit, die Urgeschlechter der Dörfer herauszufinden. Wo gibt es denn schon überall Ortsfamilien in Nordschwarben? Hier eine Karte. Und wenn wir die jetzt uns anschauen, das ist also dicht besiedelt. Wenn ich sozusagen das Nordries hier nehme, das ist mehr dem Gerhards sein Revier. Und hier in dem Bereich, Kesseltal und so weiter, da bin ich mehr unterwegs. Wir haben also ziemlich viele Autoren, die einzelne oder ein oder zwei Bücher gemacht haben. Kleinzohrheim ist jetzt nun das Letzte, das dazugekommen ist. Und es sind noch einige unbearbeitete Flecken, wie Sie sehen. Aber vieles ist in Arbeit. Hier ein Blick in das Inhaltsverzeichnis. Es findet sich hier ein Geleitwort von Pfarrer Rüdiger Lange, über das ich mich sehr gefreut habe. Und es fängt mit einem lustigen Satz an, wenn man früher durch die Dörfe gegangen ist und so ein Kind gesehen hat. Und dann ist man immer so angesprochen, ich kann in meiner Zeit erinnern, ja, wem kehrst denn du? Und dann muss man sich natürlich outen, zu welcher Familie man gehört und in welcher Nachbarschaft und so weiter. Das ist ganz nett gemacht und sehr berührend auch. Dann mein eigenes Vorwort. Einige Anmerkungen zum Buch allgemein oder zu der Situation. Quellenangaben, allgemeine Erläuterungen, damit man mit dem Buch umgehen kann. Dann etwas zur Pfarrgeschichte des Dorfes. Klein Zorheim auf alten Karten. Das heutige Klein Zorheim in ein paar Bildern. Bemerkenswerte Ereignisse, ein paar besondere Berufe. Auch die Gefallenen, Gemisten und Heimkehrer der Kriege sind hier genannt. Ein allgemeiner Bilderbogen, ein paar Fotos, interessante aus der Vergangenheit. Und der Kern dieses Buches, Sie sehen von Seite 40 bis Seite 340, also 300 Seiten, das sind die Ortsfamilien. Und dann im Nachgang noch einige auswärtige oder nicht zuordnbare Personen, die auf der Durchreise waren oder hier zufällig verstorben sind. Dann eine Statistik, Namens- und Ortsregister und Impressum. So sieht es also im Allgemeinen aus. Die Hauptquelle sind die Kirchenbücher und die beginnen bereits 1622 und natürlich viele andere Archivalien. Und da möchte ich dem Gerhard Beck nochmal danken, der also alles Mögliche auf der Harburg ausfindig gemacht hat. Da geht es um Steuerbücher, Amtsrechnungen, Amtsprotokolle oder gar Leihweigenschaftsbücher. Und so konnten viele Familien auch vor Köln-Buchbeginn oder wo Lücken bestanden rekonstruiert werden. Auch habe ich mich bemüht, viele Originalzitate ins Buch mit reinzubringen, damit wir also auch einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben. Woher hat er denn diese Informationen alle? Interessant ist der Beginn des ersten Kirchenbuches. Hier findet sich der Eintrag des damaligen Pfarrers Konrad Wiedemann. Und ich bin immer ganz stolz, dass er zu meinen eigenen Vorfahren gehört, weil dessen Handschrift ist mir sehr geläufig. Und er taucht auch in dem Kirchenbuch Unterringingen und Münstergingen auf. Und er hat in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges hier in Personalunion viele Pfarreien notdürftig versorgt. Und er schreibt hier im Jahre 1658, Demnach bei langwierigen kontinuierenden Kriegswesen der gemeine Landsmann viel und offenmaligen von Haus und Hof weichen und fliehen und sich hin und her aller Orten elendiglich behelfen und aufhalten müssen. Dannenhero die gewohnliche Kirchenaktas nicht in dem gehörigen Ort, bei dieser ordentliche Pfarr all hier zu kleiner Soheim mögen verrichtet werden. Auch deren Herren Pastoren dieser Ort beschehene Aufzeichnungs machtig lazeriert und zerschleift worden. Als habe ich Endesunterschriebener dieser Müheweitung den Nachkömmlichen zu im Bessern auf mich genommen, viele Orten und bei benachbarten Pfarrern fleißig inquiriert, die verrichteten Aktus aus und der selig verstorbenen Pfarrherrn eigene hintbliebene Verzeichnungen getreulich abgeschrieben und in Nachfolgen die richtige Ordnung gebracht. So geschehen Anno Christi 1658 circa Finem Anne. Also gegen Ende des Jahres 58 schreibt er, hat er recherchiert und die sehr dürftigen Aufzeichnungen, teilweise verschwundenen, vernichteten Aufzeichnungen der vorherigen Pfarrherrn, eine Neuschrift des Kirchenbuches von Klein Soheim angelegt, beginnend 1622. Eine wirklich tolle Arbeit und ein Segen für uns heute, dass wir also auch die Daten dieser schlimmen Zeit sozusagen aus seiner Feder erfahren dürfen. Und so sieht es also dann konkret aus, 1622 aus seiner Handschrift. Er ist ja erst 1637 sozusagen mit der Pfarrstelle vertraut worden. Ja, berücksichtigt wurden die Forschungsergebnisse weiterer Forscher unseres Zirkels hier in Nordschwaben. Gerhard, Bett, Friedrich, Esel, Herr Bieletzki, neu im Team, der gerade Trochtelfingen macht, Herr Faul, Frau Huller, Herr Luff, Herr Mühlbacher, Herr Reinhard, Herr Ritzka, Frau Scheller, Georg Strauß, Stelzenmüller und so weiter. Und auch der verstorbene Gerhard Seiler und der verstorbene Herr Mühlbacher. Alle Daten, die schon gearbeitet haben und zur Verfügung gestellt waren, wurden, wenn sie in Bezug zu Klein Soheim haben, hier mit berücksichtigt. Nun, wie geht man mit dem OFB um und den Zeichenerklärungen? Das schaut jetzt für einen Unbedarften sehr komplex und kompliziert aus und man muss sich jetzt mal zurechtfinden. Ich habe jetzt hier mal schon eine besondere Familie herausgesucht, die ein bisschen anspruchsvoll ist von ihrer Familiengeschichte. Zuerst wird immer der Mann genannt, der Ammerbacher Johann Friedrich. Der Rufname wurde unterstrichen und jetzt kommt in Klammer seine Abstammung, SV Sohn von Ammerbacher Kaspar. Ja, hier ein Kreuz, das heißt, der ist bereits verstorben. Und hier in der Abkürzung Oberamt Hamburgische Taglöhner in Möttingen. Auch die Ortsnamen sind abgekürzt. Und Anna Margareta, geborene Pfähler. Dieser Ammerbacher, Johann Friedrich, ist am 17.1.1758 in Möttingen zur Welt gekommen. Ja, er heiratet jetzt nicht diese Wiedemann Regina Christina, sondern das ist das Zeichen für eine uneheliche Verbindung. Also wenn zwischen den zwei Eheringen ein Strich ist, heißt es eine uneheliche Verbindung. Das ist die Wiedemann Regina Christina, Tochter von Wiedemann Johann Melcher, Marc Gräflich-Meyerbauer in Kleinshoheim und Anna, geborene Wiedemann. Ihre Lebensdaten, geboren am 22. getauft, heißt es hier, am 23.6.1783 in Kleinshoheim. Und mit dieser Wiedemann Regina Christina hat der Ammerbacher Johann Friedrich ein Kind, den Johann Georg. Und zwar ist er geboren am 3.4. und getauft am 5.4.1786 in Kleinshoheim. Und hier steht bei der Taufe dabei, beide Eltern haben sich zum zweiten Mal kontrasextum versündigt. Das heißt, kontrasextum, das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, und das ist also eine schlimme Sünde gewesen. Und dieses Kind ist auch gleich ein paar Tage später verstorben, am 12.4. verstorben und am 14.4. beerdigt worden. Das seien für Bestattung. Todesursa an den Gichtern, das war also typische Auszehrungskrankheit, Durchfallerkrankung. Das Kind ist also an Mangelernährung verstorben. So, kontrasextum, also bereits sein zweites uneheliges Kind von beiden. Und hier sehen wir, weil da oben, hier in Glammern, sind von der Wideman Regina Christina die anderen beiden illegitim erzeugten Kinder aufgeführt. Das eine mit dem Strauß Jakob, das Kind hieß Johann Kasper aus dem Jahre 1783 und mit dem Wideman Andreas, das Kind Johann Melchior, geboren am 15.10.1789. So, das ist also diese eine Geschichte. Diese Armerbacher Johann Friedrich heiratet aber dann noch im Jahre 1788, am 16.06. Nämlich die Gruber Anna Christina und das ist die Tochter von Gruber Johann Michael, ebenfalls verstorben. Schneidermeister in Mauren und Anna Elisabeth, der geborene Leitner. Deren Lebensdaten geboren sind 21.03.1754 in Mauren. Sie stirbt am 27.07. und wird am 29.07.1799 beerdigt an einer Entzündung. Altersangabe 45 Jahre, vier Monats, sechs Tage. Und das sind jetzt die drei Kinder. Eines, wie Sie sehen, schon vorehelich am 18.05.1788 in Scharfhausen geboren. Also in dem damaligen Aufenthaltsort von der Gruber Anna Christina. Und einen Monat später haben sie ja geheiratet und haben noch zwei weitere Kinder. So muss man also diese Einträge lesen. Das muss man ein bisschen üben, die Abkürzungen sich einprägen. Aber vorne ist ja eine Erklärung im Buch. Ja, interessant sind auch die Aufzeichnungen von dem Pfarrer Wiedemann. Er hat auch ganz akribisch besondere Ereignisse notiert. Hier eine Notiz aus dem Taufbuch 1634. Nota. In diesem Jahr ist die Stadt Nördlingen durch die kaiserliche und spanische Völker belägert, als alles Landvolk verjagt worden, dass in den nächsten drei bis in das vierte Jahr gar kein Hausen mehr beständig zu kleiner Soheim gewesen. Deswegen die kirchlichen Aktus aller Orten vernichtet, verrichtet worden, wie hernach zu sehen. Da bezieht er also sozusagen sich auf das, was er da im Nachhinein recherchiert hat. Ebenfalls eine Notiz von ihm, 1634. Ist zwar Samuel Hoffmann von Onotsbach, all hierzu kleiner Soheim, circa Festum Ascensionis Domini, also Himmelfahrt Christi, von der Pfarr Ederheim her zu einem Pfarrer ernannt worden, aber weil wegen der großen Unsicherheit, Verderbung des Lands und grassierender Pest niemand bei Haus sein und bleiben mögen. Als habe ich keine einige Kindstau von ihm aufzeichnen haben können. Dieser Hoffmann ist auch in Nördlingen, circa Finem, Huius, Anni, verstorben, also im gleichen Jahr dann in Nördlingen verstorben. Also man sieht, was da alles los war in dieser Kriegszeit. 1637, Dienstag, also dieses Zeichen ist das Wochentagszeichen für Dienstag, den 28. März, das erste Mal nach Nördlinger Schlacht wieder zu kleiner Soheim mit Gesang, Klang und Predigt begraben worden. Johannes, Hansen Wiedemanns, Steingassenbecken, Söhnlein, Etatis sue dreieinhalb anorm, also dreieinhalbjähriges Kind. Der erste Akt nach der Schlacht von Nördlingen. 1647, eine Ehe-Eintrag, der erste Feria Secunda Pentecostal, 7. Juni wurde im Angesicht der christlichen Kirchen zu kleiner Soheim dergleichen von der ersten Schlacht von Nördlingen in 13 Jahren nicht mehr geschehen, sondern dies die erste Hochzeit wieder war. kopuliert und eingesegnet, Lehnhard Weiland, Kaspar Koppel, all hier nachgelassener, ehrlicher Sohn und Regina Hansenbielers Becken, selig zu deckingen, nachgelassene Tochter. So und hier ist praktisch dieser Text. Noch ein Hinweis. In diesem Herbst und Monat September haben wir um Willen die kurbayerischen Völker, die Stadt Nördlingen, in den nächst umliegenden Städtlein und Schlössern blockiert halten und darauf im Monat, den 11. oder 21. Dezember, Grausenfeuer hineingeworfen. Hier ist die Randnotiz, waren 556 Feuerballen. Also man hat die Stadt in Schutt und Asche legen wollen. 14 Häuser und Städel verbrennt, 46 Fürstsonsten jämmerlich zum Grundgericht. Doch die Stadt nicht einbekommen. Wichtiger Hinweis, Nördlingen ist nicht gefallen. Von Haus aus begeben müssen und sind erst wiederum den 15. Juni an der 68. nach Haus und eingezogen. Jetzt noch was Grausames. Ein Kind wird vom Wolf gefressen. Sonntag, den 29. Juni wird begraben. Hans Stümpfl, insonsten der Ungerhans genannt. Wird allda Töchterlein Anna um zweieinhalb Jahre hinterbliebene Frutillen, also Überbleibenden des Körpers, welches Kind bei hellem Tag gegen Abend vor des Vaters Haus auf der Gassen, da es mit anderen Kindern gespielt, hinweggetragen, zerrissen und gefressen, dass nur das Ingeweiht, ein Stück von dem Leberlein, ein Stück vom Milz und vier Beinlein etwa eines Fingers lang, von denen zu Ross und zu Fuß nachfolgenden Leuten im Möttinger Feld auf einem morastischen Acker darinnen lange hohe Rohrgestanden gefunden worden. Die Frutillen seien nach empfangenen Kanzleibefehlgebühren gebührend zuerst bestattet worden und habe ich pro konzione tradiert. Und jetzt kommt jetzt sozusagen der Bibeltext, den er verlesen hat. Ach Gott, handle nicht mit uns nach unseren Sünden. Sehr grausame Dinge, die wir lesen können und heute kaum vorstellbar, dass da die Kinder von den Wölfen auf der Gasse weggetragen worden sind und gefressen wurden. Ja, noch interessant, 1810 gab es ja bereits die Impfpflicht, also ganz aktuell für die Pock-Impfung für die Kinder, 1806 oder wann das befehlbar. Und die Pfarrer waren angehalten, sozusagen das in den Kirchenbüchern zu verzeichnen und zu überprüfen. Und da schreibt er also, bis hierher reicht das Verzeichnis des unterm 6. Mai 1810 über die Kinder vom 7. Juni 1798 bis 1. Juli 1810, um sich von den Geblatterten zu versichern, eingeben werden müssen. Die Geblatterten sind also die Geimpften. Dann noch eine Vorjahresbrunst, 1823 legt zwei Drittel des Dorfes in Schutt und Asche. Da steht bei einem Steubeeintrag der Maria Margareta Eger. 1892, noch ein interessanter Eintrag, fast ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Am 31.01.892 stirbt Georg Michael Eger. Da steht, der Mann hatte bei ansehnlicher Größe einen ganz abnormen Körperumfang und dementsprechendes Gewicht, 338 Pfund, war dermal jedenfalls die dickste und schwerste Person des Rieses. Es wurde deshalb zur Verbringung seiner Leiche auf den Gottesacker der Zieswinger Leichenwagen entlehnt. Also man musste hier den größeren Leichenwagen von Zieswingen ausleihen. Auch das ist jetzt tragisch, 1913, ein tragischer Unglücksfall. Das Bauernsöhnlein Johannes Herle stirbt mit einem Jahr, drei Monate und vier Tagen. Der Großvater zeigte dem Enkelkind eine Pistole. Ein Schuss ging los und die Kugel durchbohrte die Halsschlagader des Kindes. Also einem einjährigen Kind muss man nicht gerade der Pistole zeigen. Also das ist schon spannend. Auch Klein-Zorheim hatte Zuwanderung von sogenannten Exzellanten aus dem Ländle Obteens. Das waren also meist Glaubensfrüchtlinge aus Oberösterreich, die wegen einer Edikt, dass sie entweder sich zum katholischen Glauben bekehren müssen oder dann das Land verlassen müssen, dann den Weg auch ins Ries, das damals entfolgete Ries, gefunden haben und sich hier Ansätze gemacht haben. Aber zum Beispiel den Namen Baumgartner gibt es ja heute sehr verbreitet. Da sind insgesamt drei Baumgartnerfamilien zugewandert, die ich bisher noch nicht zusammenbringen konnte. Alle aus dem Ländle Obteens. Heumater ist auch heute noch ein bekannter Name. Und das sind also die Gebrüder Heumater Paul und Heumater Michael, die hier zunächst mal in Klein-Zorheim auftreten. Oder auch der Schneider Wolf, der aus dem Ländle Obteens kommt. Ja, ich habe also versucht, interessante Fotos aus der Bevölkerung zu bekommen. Aber da ich nicht in Klein-Zorheim wohne oder auch wenig Leute kenne, war das sehr spärlich. Aber einige interessante Fotos sind eingetroffen. Auffallend hier in dem Schulbild sind diese hellgekleideten Mädchen. Die haben es hier vorgegeben und es waren zwei Pfarrerstöchterlein. Ich habe mich auch gewundert, warum der Buben da oben ihre Bändelkappe, ihre Trottel auf die rechte Seite runterhängen. Die waren ja noch gar nicht vereheligt. Oder ist das negativ des Fotos seitenverkehrt? Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Auch ein interessantes Foto. Erinnerung an die Klein-Zorheimer-Dreiberg 1912. Da waren also viele Kinder dabei, die im Unterholz da Lärm gemacht haben, um das Wild aufzuscheuchen. Leider ohne Beschriftung auf das Schulfoto. Eine wichtige Aufgabe, für die Leute in den Dörfern all das Fotogut zu sammeln und zu beschriften. Eine Generation später ist es schon meistens zu spät. Hier Fotos aus den 40er Jahren, Konfirmanden und Konfirmantinnen oder Jugendkreis, Mädchenkreis. Hier haben wir die Namen dann bekommen. Als ich vor etlichen Jahren im Rahmen unseres Friedhofsprojektes des Bayerischen Landesvereins die Friedhöfe rein umfotografiert habe, war ich auf dem Klein-Zorheimer auch. Da ist mir dieses wunderbare Grabdenkmal der Familie Bachmann aufgefallen. Mit den Personen habe ich damals noch nichts anfangen können. Jetzt im Rahmen des Erstellens des Ortsfamiliebuches gibt es dann natürlich einen Sinn. Und wer die Familie ist, hier ruhen in Frieden Frau Anna-Maria Bachmann, geborene Müller. Die Lebensdaten 1835 bis 1884 und deren Ehegatte Johannes Bachmann, Fabrikbesitzer da hier. Damit haben wir es gefragt, der Fabrik, was kann denn da schon für ein Fabrikwesen sein? Und dann noch die zweite Ehegattin ist hier mit beerdigt und dann natürlich auch noch Verwandtschaft. Das sind also dieser Janis Bachmann und von 1835 bis 1911 gelebt mit seiner ersten Frau Maria, geborenen Müller, 1835 bis 1884. Ja, da er hier Fabrikbesitzer war, sieht man schon in seinem edlen Rock. Und der unterscheidet sich ein bisschen von der normalen bäuerlichen Tracht. Das Foto habe ich aus dem Bildarchiv von Meingen bekommen und bin sehr dankbar und konnte auch im Gegenzug einige Daten zu dieser Familie liefern. Eine Familienzusammenstellung hat dieses Bild gegeben. Sie sehen unheimlich viele Kinder, wenn wir die zählen, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und dann jetzt nochmal die Familie, das ist also der Bachmann Johannes, Sohn von Bachmann Andreas, Sölden und Kreml und Margareta, geborene Oberländer, Schreinermeister in Kleinsorheim Nummer 67, Putzmühlenfabrikant. Jetzt sehen wir schon, um was es geht, Putzmühlen. Geboren 1835 unter Magerbein, also zugewandert und 1911 in Kleinsorheim, gestorben als Privatier. Privatier hat man also Leute bezeichnet, die vom eigenen Haben und Guthaben leben können, ohne dass sie zur Arbeit weitergehen mussten. Die erste Frau ist 1884 verstorben, er hat dann 1885 gleich wieder geheiratet, eine herrliche Anna Barbara. Gut, die einzelnen Daten müssen wir jetzt nicht vorlesen, aber Sie sehen auch die hohe Kindersterblichkeit, typisch für die damalige Zeit. Wir haben hier Gichter und Durchfall. Gichter war, wie wir schon gehört haben, so eine Kleinkindkrankheit, die dann auch oft als Arbeit bezeichnet wird. Die haben es also rumgearbeitet, waren dehydriert meistens durch Durchfall und Mangel an Nährung. Scharlach hat eine Rolle gespielt, nochmal Scharlach. Drei Kinder an Scharlach verstorben. Wir sehen das alles 1874, 1874, 1874. Und müssen uns mal die Zeit versetzen, wir haben jetzt auch eine Pandemie und was das früher bedeutet hat, als es noch keine Impfungen gegeben hat, die Leute waren ergeben in ihr Schicksal. Ja, das ist also diese Bachmannsche Putzmühlenfabrik. Das sind hier Fotos, noch alte Fotos hier aus den 60er Jahren. Und hier die Werbeanzeigen, diese Putzmühlen. Das war früher wichtig für die Landwirtschaft. Man hat also das Getreide, die Spreu vom Weizen, die hat Wind gemacht, aber Windmühlen, haben wir gesagt. Und das, was man früher mit den Dreschfregeln getroschen hat und hochgeworfen hat in der Vergangenheit früher und der Wind hat es vertrieben, das erledigt heute der Mähdrescher in einem Arbeitsgang. Die Bedeutung der Putzmühlen hat auch nachgelassen, aber die Fabrik war in mehreren Generationen bis nach dem Kriege noch vorhanden. Also das ist heute da dieses übrige Anwesen und hier ist noch die Villa Bachmann, das stattliche Wohnhaus. Ja, dann habe ich eine Pfarrerliste im Buch. Also evangelische Pfarrer waren ja auch Familienoberhäupter, haben Frauen gehabt und haben Kinder gezeugt. Und überall, wo ein Sternchen steht, diese Familien wurden, Pfarrersfamilien wurden im Buch auch abgebildet. Auch sehen wir hier bis in die Vergangenheit, die letzte Vergangenheit, Herr Lüdiger lange hat resigniert, also wie man das heute heißt, also nicht frustriert aufgehört, sondern sich zur Ruhe gesetzt als Pfarrer im letzten Herbst und die Stelle wird dann hoffentlich bald neu besetzt. Das ist das Pfarrhaus in Kleinsorheim, erbaut 1844, ein stattliches Anwesen mit Nebengebäuden. Und ich möchte noch eine Pfarrersfamilie hervorheben, das ist der Pfarrer von Betzoldt. Und er war von 1844 bis 1872 hier Pfarrer und hatte als Erster dieses Pfarrhaus bezogen, hatte den Fonttitel und hier die Familie, Sohn von Gustav Daniel von Betzoldt, Ministerialrat in München und Eva Therese, geborene Barberi, Pfarrer zu Klein- und Grossoheim, von 1812 in München geboren, 1873 verstorben. Geheiratet 1847 auch in München, die Farbe Fanny, die stammt aus auch einer edlen Familie, Ministerial- und Oberkonzisterialrat in Ansbach. Und die Kinder und auch einer hat Karriere gemacht, der Gustav war Direktor des Germanischen Museums. Und das ist dieser Gustav Theodor Friedrich von Betzoldt, der auch in den Rieser-Biografien beschrieben ist. Hängt also mit dieser Pfarrersfamilie zusammen. Ja, und das war auch dieser Grabstein auf dem alten Friedhof, der heute noch da liegt und hat also auch seine eigene Geschichte. Und wenn man heute den sieht und das Buch aufschlägt, kann man die Einzelheiten dann lesen. Auch die Inschrift ist nicht mehr so gut lesbar, aber habe ich bemüht, den Text hier zu transkribieren. Auch eine Lehrerliste ist im Buch enthalten und auch hier die Sternchen bedeuten, diese Lehrerfamilien sind im Buch erwähnt. Nun, im Vorwort habe ich ja gesagt, was kann man mit so einem Buch anfangen. Man kann die Stammfamilien eines Dorfes ausfindig machen. Zum Beispiel die Familie Wiedemann, die bis heute durchgängig vorhanden ist, kann man bereits ab dem Jahre 1535 nachweisen, also weit vor Kirchenbuchbeginn. Auch die Familie Schabert ist sehr lange hier ansässig. Oder die Familie Gansenmüller, Heuberger, dann ab 1727 und dann spätere Zuwanderungen aus Fessenheim-Geiß, aus Möckingen-Hach, aus Enkingen-Tuffenzammer, aus Abendshofen-Strobel und aus Rohnheim-Göttler. Verschwundene Familien, also Familien, die es früher gab, die sehr häufig waren, aber heute nicht mehr vorhanden sind. Vielleicht wieder durch Neuzuzüge in den letzten 50 Jahren, die ich aber jetzt nicht beurteilen kann, weil die im Buch nicht behücksichtigt wurden. Also Müllenmaier, 1443 bis 1505, aus ganz frühen, teilweise aus Leihwerkschaftsakten. Familie Beck bis 1909, Strauß, 1954, Künstler, Pfeiffer, ursprünglich von Vorheim, Heumer, da haben wir schon gehabt, Exzellentenfamilie, kurzfristig da und hat sie im Ries verbreitet. Keller von Möttingen, Frisch von Münsteggingen und Renner von Schwörsheim. Ja, hier noch ein Beispiel für die Rekonstruktion von Familien vor Kirchenbuchbeginn. Und das ist hier eine Urkunde, die Gerhard Beck aus dem Archiv ausgegraben hat. Sie lesen, fürstlich, Oettingen, Waldersteinisches Archiv, Harburg, Urkundensammlung 1613. Und da steht, Kaspar Sauer, Witwer zu Klein-Zorheim, verkauft an seinen Tochter, Mann, Melchior Lindenbauer zu Möttingen und seine Frau Anna, sein deckingisches Lehngut in Klein-Zorheim, zwischen beider Sammeier, Gräflich und Hans Mühlig, Markgräflich, bei der Söldenhäuser gelegen. Aus dem 1. Februar 1613, eine Pargamenturkunde und so weiter, wer siegelt. Und was kann man da aus den paar Zeilen herauslesen? Nämlich, da gab es den Kaspar Sauer, der war öttingischer Leihbeigner, das haben wir aus einer anderen Urkunde, Amtsrechnung an Harburg und er war mit irgendeiner Frau verheiratet und die muss also schon vor 1613 verstorben sein, weil es hier um eine Steuerangelegenheit ging. Und da oben steht, der hatte also eine Tochter Anna, die vor 1613 in Möttingen geheiratet hat, nämlich den Lindenbauer Melchior. Das ist also eine sehr rudimentäre Familie, aber immerhin aus solchen Textteilen kann man sowas rekonstruieren. Und das war also mein Ansehen, hier möglichst viele Familien im Nachhinein auch ohne Kölnbuch zu rekonstruieren. Und durch die Querverbindung mit anderen Dörfern haben wir doch da einiges geschafft an Dokumentationen. Weiter hier noch, das sind diese Müllenmaier, von denen ich hier erzählt habe, vorhin ganz früh mit den Leihbeigenschaftsurkunden. Leonhard Müllmeiers Weib Elspeth Wiedenmeni hat jetzt Jakoben Rufen. Kind Magdalena zu Groß-Zohen, Barbara im Dorf, Gretz zu Nördlingen tot und so weiter. Und das wäre jetzt also die Rekonstruktion mit den drei Kindern, die Magdalena zu Groß-Zohen, die Babel im Dorf. Und da haben wir aus anderen Informationen dann auch den Ehemann ausfindig gemacht. Und die Gretz ist dann in Nördlingen und bereits um diese Zeit wieder verstorben. Hier noch eine Patchwork-Familie. Da haben wir das Gleiche mit den vielen ledigen Kindern. Sie sehen hier den Mittering Melchior, der dann bereits 1794 und erst mit 37 Jahren heiratet, offensichtlich keine andere Frau gefunden hat, als eine Frau, die schon sechs uneheliche Kinder hat. Und sie ist 1793 geboren und hat also mit drei verschiedenen Männern und weiteren drei Unbekannten sechs Kinder. Dieses Ehepaar Mittering hat aber noch zwei eigene Kinder, 1828 und 1832, die dann auch wiederum geheiratet haben. Also man muss heute nicht den Kopf schütteln. Es gab keine Pille und andere Verhütungsmittel. Die Leute durften nicht heiraten, wenn sie nicht nachweisen konnten, dass sie sich selbst ernähren konnten, keine Sölde übertragen bekommen haben von den Eltern oder irgendein Handwerk hatten. Das waren also schlimme Zeiten. Zum Schluss des Buches gibt es noch ein bisschen Statistik. Ich habe also aufgezählt, wie viele Ehen, wie viele Geburten, wie viele Todesfälle in den einzelnen Jahren registriert waren und habe auch eine Statistik zu den Todesursachen angelegt und dann wie oft die vorkamen. Also Kinderarbeit, das war sowas wie die Gichter. Kopfarbeit und Schlag, also irgendwie Schlaganfall, Dörrsucht. Man weiß nicht, was genau gemeint ist. Vielleicht auch Krebsleiden, Herzstechen, Durchlauf. Das war also Durchfallerkrankungen. Ein Freies, auch sowas ähnliches wie dieses Gichter. Arbeit, das haben wir gleich so eine ähnliche Bezeichnung wie Gichter. Hitzige Krankheit, man muss also auch Viruserkrankungen gewesen sein. Herzklopfen, innerliche Arbeit, Altersschwäche. Altersschwäche kommt sehr selten vor. Die Leute haben ja oft keinen Arzt gehabt. Innerliches Anliegen, also irgendwie was Ingeweide. Seitenstechen, hartgeschwollen. Ich möchte es nicht alles vorlesen. Blattern, das waren also die Pockenflecken. Hitzige Krankheit. Ja, ich habe jetzt mal sozusagen auch durchgezählt, so im groben 929 Ehen laut Kirchenbuchlaufzeit, ca. 200 Familien durch Zuzug oder vor Kirchenbuchbeginn, 300 illegitime Verbindungen geschätzt, ca. 4.500 Taufeln. Insgesamt wird die ganze Laufzeit macht einen Jahresschnitt von ca. 15 Taufeln pro Jahr. Häufigste Todesursache bei Kleinkindern, Gichter oder Arbeit. Gewisse Seuchenjahre gab es. 1743 mit hitzigem Fieber, 1814 Fleckenfieber, 1874 Scharlachfieber. Das haben wir ja schon gesehen bei der Familie Bachmann. Dann zur Bevölkerungsentwicklung habe ich ein bisschen recherchiert und habe also die Zeit, die der Pfarrer Wiedemann rekonstruiert hat, war also eigentlich eine sehr blühende Zeit. Also das waren 10 Jahre, das ist im Durchschnitt 3,2 Ehen pro Jahr, 17,1 Geburten pro Jahr und 12,7 Sterbevölle pro Jahr. Das heißt also einen Geburtenüberschuss von 4,4 pro Jahr. Das heißt, wenn die Leute hierbleiben, wächst das Dorf. Dann kam ja der schreckliche 30-jährige Krieg und das Dorf hat sich über Jahrzehnte nicht erholen können. Ich habe jetzt auch einen 10-Jahres-Zeitpunkt rausgenommen, 1700 bis 1709. Da waren es im Schnitt nur 2 Ehen pro Jahr, 9,7 Geburten pro Jahr und 7,3 Sterbevölle pro Jahr. Das war nur ein Überschuss von 2,4. Und erst im Jahre 1800 bis 1809, also nochmal 100 Jahre später, kann man sagen, dass das Dorf wieder in alter Größe dasteht und ähnliche Zahlen hat wie vor dem 30-jährigen Krieg. Das ist sehr, sehr beeindruckend und die Beobachtung habe ich auch in anderen Dorfen gemacht. Zum Beispiel Unterringingen war auch ein sehr blühendes Dorf und nach dem 30-Jahres-Zeit hat sich bis in jüngste Vergangenheit nicht mehr zu solcher Größe aufschwingen können von der Bevölkerungszahl. Ja, den Abschluss bildet natürlich ein Namensregister und ein Ortsregister. Das ist ganz klar. Und wir haben auch Gedanken gemacht, was kann uns das Buch sonst noch bieten, emotional. Wir haben jetzt vieles zur Kenntnis genommen, diese Krankheiten, diese Kriege und so weiter, was uns auch zum Nachdenken bringen könnte, wenn man so ein Ortsfamiliebuch anschaut. Und sie stiftet das, das OFB stiftet Identität durch Identifizierung. Urfrage des Menschen, woher komme ich? Sie dokumentieren die Verwandtschaft und Beziehungen aller Dorfbewohner über Jahrhunderte hinweg. Sie fördern das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. Helfen all das Brauchtum zu schätzen und zu bewahren. Sind ein gutes Gegenmittel für Ortsteildenken, indem man zum Beispiel erkennt, dass der Urbruchvater aus dem anderen Ortsteil kommt. Macht Geschichte erlebbar anhand der Lebensläufe der Vorfahren-Generationen. Fordern das interkonfessionelle Miteinander. Hinterfragen kritisch die gute alte Zeit. Kindersterblichkeit, Armuts, Sorgen, Kriegsfolgen. Lassen einen möglichen Migrationshintergrund in der eigenen Familie erkennen. Glaubensflüchtlinge, heimatvertriebene Amerika-Auswanderungen. Vermitteln Respekt vor der Leistung der Vorfahren-Generationen. Zum Beispiel erfahrbar durch all die Fotos der Großhalter bei der Arbeit mit Kuh und Pferd. Führen zum Empfinden von Mitgefühl oder Bewunderung. Durch die Kenntnisnahme von außergewöhnlichen Vorkönnen, Katastrophen, Unkrebsfälle und besonderer Kinderreichtum. Lehren Bescheidenheit, wenn Kenntnis davon genommen wird, wie frühere Generationen ihr Schicksal geduldig ertragen haben, ohne Absichtung durch irgendwelche Sozialsysteme. Machen begreifbar, wie rasch sich die Verhältnisse innerhalb von Generationen verändern. Dokumentieren die Veränderungen der christlichen Erinnerungskultur, Wandel der Sterbebilder oder Grabdenkmäler. Lassen die Auswirkungen der Weltpolitik auf das Dorf erahnen, durchziehende und plündernde Soldaten, gefallenen Schicksale als ewige Mahnung, dass man solches Unheil für immer verhindern möge. In diesem Sinne, möge dieses Buch seine Wirkung auch hier vorbringen. Ich wünsche ihm eine gute Aufnahme und Verbreitung, den Lesern viel Freude und gute Neuerkenntnisse. Und jetzt die Schlussfrage, wo gibt es das Buch und was kostet es? Ich konnte die Frau Ingrid Bachmann ansprechen und gewinnen in Klein-Zoheim, also für die Gloria Sohammer oder die in der Gegend einfach anrufen, Unterdauer 25. Sie hat einige Bücher jetzt im Kontingent und da können sie erworben werden. Oder bei mir persönlich meine Telefonnummer und E-Mail haben Sie. Das Buch kostet 30 Euro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der Recherche im Buch. Dankeschön. Ja, lieber Manfred, großes Kompliment. Vielen Dank an dich für deine interessanten Ausführungen. Und ich denke, Sie haben es alle miterleben können. Und man kann sich jetzt denken, warum er das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für seine Tätigkeit. Er ist ja Landesvorsitzender Bayerischer Landesverein für Familienkunde. Hat auch noch einige andere Vereine, an denen er mitarbeitet, international teilweise. Also Manfred Wegele ist wirklich eine ganz große Nummer und wir sind sehr stolz, dass er sich immer noch für die Forschung von kleinen Dörfern im Ries auch begeistern kann und auch die Zeit immer noch mit aufbringt und hier solche Grundlagenforschung macht. Solche Bücher, wir haben es gesehen, bringen natürlich auch einen Grundstein für eine Ortsgeschichte. Also eine Ortschronik ist immer ein Baustein aus verschiedenen Teilen, aus den Ortsfamilien, aus der Häusergeschichte und natürlich aus der Gesamtgeschichte der Gemeinde und des Dorfes. Und so ein Ortsfamilienbuch, eine sehr mühsame Arbeit, aber das bildet eine ganz tolle Grundlage. Man hat wirklich ein paar fundamentale Daten, auf die man immer zurückgreifen kann. Daten der Pfarrer oder Lehrer, auch über die Putzmühlenfabrik. Man kann jetzt genau sagen, wie viele Kinder die Bachmanns hatten und wann die alle geboren sind. Also eine tolle Sache. Was auch immer mit dabei ist, die Fotos. Das ist natürlich auch ein bisschen der Auftrag an die Gemeinde, Herr Böllmann, dass man da schaut, Fotos sammeln, die Häuser dokumentieren, irgendjemanden in der Gemeinde finden. Es gibt ja das Gemeindearchiv. Es wird auch in Möttingen schon geschaut, dass man alles dokumentiert und archiviert. Aber das ist für die Zukunft natürlich auch eine Aufgabe, dass man hier weiter am Ball bleibt. Versucht vielleicht auch wirklich mal in Kleinsorheim jetzt auf diesen Anstoß hin, alte Bilder zu sammeln, Schulbilder zu beschriften noch. Auch die ganz alten sind mittlerweile nicht mehr rekonstruierbar. Wer da drauf ist, wenn die 100 Jahre alt sind, ist es meistens schon zu spät. Aber man kann die jüngeren Fotos auf jeden Fall ein bisschen beschriften. Irgendwann vielleicht eine Ausstellung machen, wie auch immer. Oder das einfach nur in der Gemeinde archivieren. Ja, ich möchte noch hinweisen auf weitere Veranstaltungen der Rieser Kulturtage. Es geht ja vier Wochen jetzt jeden Abend virtuell weiter. Wir haben morgen einen Vortrag über historische Reiseberichte aus dem Ries, aus dem 18. Jahrhundert. Und wir haben dann am Donnerstag etwas über den Planeten Merkur. Also ganz anderes Thema. Am Freitag wird der Herr Mund über Fabriken in Bopfingen aus dem 20., 19., 20. Jahrhundert berichten. Dann am Samstag geht es weiter mit Wilhelm Imrich, mit den Ungarn und ihren Spuren, die sie hinterlassen haben, hier im südlichen Ries und so weiter und so fort. Also ich denke, für jeden etwas Interessantes dabei. Am 17. Mai haben wir auch als quasi Schlussveranstaltung gehofft, dass wir in Tapfheim beim Manfred Wegele dieses 25-jährige Jubiläum auch feiern können im Rahmen des Familienforscher Stammtisches. Aber es wird wohl eher auf eine virtuelle Geschichte hinauslaufen, fürchten wir. Wir werden sehen. Amen. 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 Vielen Dank.